Grünkohl. Thema Grünkohl jetzt jetzt hier. Man hat mir letztes Jahr jetzt hier einen sehr guten Tipp gegeben, jetzt jetzt hier, wie man Grünkohl sehr gut ernten kann und von der weißen Fliege befreien kann. Das war praktisch, der Grünkohl wird ganz normal geerntet, mal kurz ausgeschüttelt jetzt, etwas weiter vom Feld weggelegt jetzt hier, damit die Fliegen nicht wieder ihr Nest finden, sage ich es mal so. Dann den Grünkohl praktisch zu Hause jetzt hier, die Grünen praktisch Teile ernten davon, jetzt dann in die Waschmaschine stecken, ein Kurzprogramm wählen, ohne Weihspüler jetzt hier, ohne Zusätze. Und ohne Salatdressing, ne? Leider hier jetzt hier und ohne Schleudern dann jetzt hier. Aber vorher die Flusen entfernen, oder wie? Eine Waschmaschine ist bestimmt sauber, meine Damen und Herren. Und dann kommt ja praktisch wieder etwas feucht raus und ist praktisch im Prinzip verarbeitungsfähig jetzt. Natürlich, es bleiben immer kleinere Reste vom Grünen da sind, aber nach zwei, drei Wäschen jetzt hier mit der normalen Wäsche ist es wieder weg jetzt.